Herzlich Willkommen auf dem Kanal Bekippa Don Victor. Heute ist Montag nach Ostern. Ich bin gestern raus mit meinem Anhänger abends. Dort hinter dem Hügel wächst Blüht Raps. Ungefähr 100 km von hier. So sieht das aus. Die sind alle drauf gewischt rüber zu fliegen. Den Anhänger habe ich gestern rüber gefahren. Und diesen hier habe ich heute Mittag gebracht. Die waren jetzt ein bisschen aufgeregt. Machen jetzt Rundflug. Und dann finden die bestimmt bis abends was. Und dann werden die rumfliegen. So sieht es aus bei mir. Bleibt gesund. Tschüss.